Hallihallo Leute, herzlich willkommen zu einem tollen Video von mir. Und zwar habe ich heute gedacht, ich mache mal wieder ein tolles DM-Hall. Deswegen war ich im DM-Einkaufen und wir gucken mal ganz kurz, was ich mir alles tolles gekauft habe. Also, wir hätten da zuallererst... Was für die Nase. Das ist was ganz Besonderes, das kann ich euch nochmal ganz kurz zeigen. Das heißt, Tee-Tee-Säbt-Sinne-Salze. Das ist nämlich dafür, dass man ganz sinnig wird. Ich zeige euch das ganz kurz mal, wie man das am besten macht. Im Moment, wenn ich eine Schere finde. So, das habe ich jetzt aufgemacht hier. Habe ich es auch gekriegt. Oh, und das riecht so toll. Oh, toll, einfach toll. Also, das Ganze heißt übrigens, Zeit für dich steht hier. Und das ist nämlich ganz wichtig, was ich euch unbedingt sagen wollte. Zeit für euch. Ihr seid so wichtig. Ihr seid so toll. Ihr seid die Einzigen, auf die ihr Acht geben müsst. Ihr seid die Königin in eurem eigenen Leben. Oder Prinzessinnen, wie es euch gefällt. Ihr braucht Zeit für euch. Ihr seid die Besten. Ihr seid das, was mich zu dem macht, was ich bin. Eine unglaublich tolle YouTuberin. Egal, jedenfalls habe ich es aufgemacht. Ich zeige euch jetzt noch, wie man das benutzt. Riecht es toll. Also, man macht damit eine gerade Linie. So. Und dann benutzt man irgendetwas, was man rollen kann. Ich benutze dafür immer 500 Euro Scheine. Ihr habt sowas leider natürlich nicht zu Hause unbedingt. Und, ja, deswegen könnt ihr... Ihr habt wahrscheinlich viel mehr davon hier zu Hause. Rechnung. Und, ja, da macht ihr einfach eine kleine Rolle draus. So, wartet mal ganz kurz. So, ganz klein. Relativ enger Eingang. Das dürftet ihr ja auch alle kennen. Und... So, sehr gut. Und dann schickt ihr euch das in den Nasen noch. Und dann zieht ihr das durch. Sehr gut. Und, ähm... Ja. So. Das ist natürlich nicht alles, was ich gekauft habe bei IMDM. Nein, ich habe natürlich noch viel mehr gekauft. Das können wir jetzt mal ganz kurz angucken. Also, was habe ich gekauft? Ich habe gekauft Honigwaffeln. 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 Und Honigwaffeln. Und, du guessed right, Rennchiettee. So. Das war mein DM-Roll. Ich hoffe, es hat euch so heute gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Struppri Stopani. Und, du guessed right, Rennchiettee. Und, du guessed right, Rennchiettee. Und, du guessed right, Rennchiettee.